Hallo, ich bin hier in der Hinterbrüll auf der Spielwiese von meinem Hund, den ich euch jetzt vollstellen werde. Maritz, komm her! Hallo, komm her! Wihihi, hallo! Er ist sechs Jahre alt, ein Labrador, und wir verbringen immer sehr viel Zeit mit ihm und haben auch sehr viel Spaß miteinander. Wir gehen oft spazieren oder laufen. Und er kann auch ein paar Tricks. Platzen ist seine Lieblingsübung. Maritz, du bist die Bote. Er ist nicht sehr sportlich, er ist ziemlich faul. Und das war meine Schwester. Die habe ich echt gerne, die habe ich schon sehr vermisst. Maritz, hab ich. Wunderbar, bravo! Also wir gehen dann weiter und beim Spazieren gehen haben wir immer besonders viel Spaß. Komm her, Maritz. Komm, komm her! Ich glaube, er wird jetzt schon langsam müde. Schau, 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 schau. Komm, ich darf mal. Warte, warte, warte! Komm her! Warte, warte! Super! Also, bis dann. Tschüss! uta jetzt. Das hier. Das hier hatwipe.